Hey Leute was ist wieder ruhig und willkommen hier zu einem weiteren Backslide des Bundesliga Orakelkonferenz Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zum letzten Bundesliga Spieltag. Wir haben einfach 34 alleine, einfach alleine 34 Bundesliga Spieltage Orakel, weil es gab zu jedem Bundesliga Spieltag eine Orakelkonferenz. Ich hoffe ihr habt es gefeiert. Nächstes Jahr geht es natürlich so weiter, weil es macht einfach Bock sich jedes Wochenende hinzusetzen und die Bundesliga quasi zu Orakeln. Mit dem passenden Produkt dann logischerweise. Wir gehen rein. 15.30 alle Partien morgen. Samstag 15.30 wird eine brutal wilde Konferenz. Eventuell bin ich in Wolfsburg, aber ich weiß es noch nicht ganz genau. Dortmund, Mainz, Leipzig, Schalke, Union, Bremen, Köln, Bayern, Gladbach, Augsburg, Frankfurt, Freiburg, Wolfsburg, Hertha, Bochum, Leverkusen und Stuttgart gegen Hofmein. Meine Tipps ganz schnell mit Schnelldurchlauf, Leute. Ganz, ganz schnell mit Schnelldurchlauf. Ihr habt es letztlich auch schon mitbekommen, es gab jetzt letzte Woche jeden Tag nur noch ein Video. Wird bald wieder anders sein, weil ich derzeit halt wie gesagt im Umzugstress bin und ich das alles ordentlich abwickeln möchte etc. Und deswegen musste ich da ein bisschen leider runterfahren. Wird aber bald wieder mehr am Start sein. Keine Sorge, hatte ich ja im letzten Video auch schon erklärt, im letzten Oraken-Konferenz-Video. 2-1, 2-0, 2-0, 1-2, 1-0, 1-0, 0-1, 0-2, 1-3. Meine Tipps. Das sind meine Tipps. Ich bin gespannt auf eure Tipps. Schreibt sie gerne in die Kommentare und dann gehen wir rein in die Konferenz und starten mit Manuel Neuer. Naja, der macht kein Türchen, aber pariert den ersten. Und eventuell ist Manuel Neuer sogar schon Kipps zu ziehen, oder? 2-0, Freiburg. Freiburg mit dem 0-2, 2-0, die Luque Vaglio, 0-1, Zauhlig gegen Wolfsburg. Hoffenheim Baumann auch der Torhüter. Luca Kilian, Köln, nicht das Türchen, weil Manuel Neuer am Start ist. Fico und Derbystar Ball. Das heißt, im ersten Fact waren gerade mal zwei Torschützen. Oder zwei, insgesamt drei Tore, aber das ist auch super. Latva, Manu Cuné, 1-0. Christopher Lenz mit dem 1-2, den Anschlusskreffer. Leandro Barreiro, Mainz. Hoffen wir sie. Die Mainzer spielen gegen Dortmund. Marc-Oliver Kempf, 0-2, zack. Villias Bebuk, 0-1 und die Schalker machen das Tor. Rodrigo Salazza mit dem 0-2, er bleibt. Es wird auch eine Partie als Einzelrate geben, wenn... Mal gucken, für welche Partie ich bin, entscheide. Alles an Flair, 2-0, die Latva da. Hoffenheim. Hoffenheim mit dem 0-3. Augsburg, Maximilian Bauer, 2-1. Die Kölner gehen in Führung, 1-0. Elvis Giri, Marc Flecken macht klein. Und die Trikots sowieso nicht. Letztes Pack. Dominik Chor, 0-2, Mainz. Maxi Eggestein, die Freiburger, erhöhen. 1-3. Filip Urimovic, 0-3. Aber jetzt sehen wir die Trikotsmann, den Augsburg mit dem Doppelfuck. Die Augsburger spielen gegen Gladbach und das ist das 2-3. Und das ist Florian Dietz mit dem Doppelfuck. 3-0 gegen Bayern. 3-0 und das ist das 1-4 für die Freiburger. Und der letzte Torschütze in der Konferenz ist Dominik Drexler. Führung, 0-2 gegen Führung. Somit haben wir zwei torlose Partien. Union und Bochum. Dortmund verliert 0-2. Leipzig verliert 0-2. Union, Bremen 1-1. 0-0, unentschieden. Also jeder einen Punkt. Köln gewinnt 3-0 gegen die Bayern. Gladbach verliert 2-3 gegen Augsburg. Frankfurt verliert 1-4 zu Hause. Wolfsburg verliert zu Hause gegen Hertha 0-3. Bochum trennt sich 0-0. Und Stuttgart verliert 0-3 gegen Hoffenheim. Das war's. Eure Tipps in die Kommentare. Die Urake Tabelle seht ihr jetzt. Das ist es. Das war's. Der 34-Spieltag ist vorbei. Und die letzten zwei. Also der 18. und der 17. Platz ist nicht bei der Matchcheck Sommer-WM dabei. Die Matchcheck Sommer-WM wird in den nächsten 2-3-4 Wochen starten. Das kann ich euch versprechen. So über die Sommerpause wird es ein schönes Format geben. Kennt ihr ja. Und genau. Ich bedanke mich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Outro 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 Untertitelung des ZDF, 2020